Ich möchte dir heute die drei besten Stimmübungen vorstellen. Und sie sind wirklich die aller, aller wichtigsten Übungen. Und sie sind gut für deine Stimme, egal wo du gerade stehst. Also ob du gerade zum ersten Mal dich mit dem Thema Stimme beschäftigst und einfach nur gedacht hast, ich möchte meiner Stimme so ein bisschen was Gutes tun und gucken, ob die mehr kann, als ich so denke. Oder ob du bereits auf der Bühne stehst und Hallen füllst und deine Stimme ganz, ganz, ganz viel leisten musst, weil du zum Beispiel Koloratursopran singen musst oder eine Rockröhre bist und ganz viel Kraft brauchst für die Stimme. Also ganz egal, wo du gerade stimmlich stehst, sind diese drei Übungen einfach nur großartig. Und wenn wir die machen, können wir bis ins hohe Alter hinaus eine kraftvolle Stimme haben. Also diese drei Übungen sind für mich der Zauber der Stimme. Viel Spaß damit! Die erste Übung, und wenn du nur die machst, dann haben wir schon unglaublich viel erreicht, ist das Gurgeln. Wenn man zum Beispiel einfach nur nach dem Zähneputzen oder unter der Dusche kurz Wasser in den Mund nimmt, den Kopf nach hinten legt und gurgelt, hat das eine unglaublich positive Wirkung. Und zwar liegt das daran, dass Bewegungen im Wasser immer leichter sind. Also wenn wir gurgeln, dann sind die Stimmbänder im Wasser und bewegen sich im Wasser. Das heißt, die Bewegung gilt viel lockerer. Also für mich ist ganz klar, dass seitdem ich gurgle, ich deutlich weniger Halsentzündungen habe. Und wenn man sich das angewöhnt, dass man das immer macht, nach dem Zähneputzen und unter der Dusche, wo man sowieso gerade den Mund ausspült oder steht, dann hat man ständig Stimmübungen gemacht und hat nicht zusätzlich so eine Belastung, ich muss noch Stimmübungen machen, denn das geht automatisch. Wertvoll ist, wenn das Wasser nicht zu kalt ist, denn kaltes Wasser reizt. Und natürlich soll es auch nicht heiß sein. Also gutes Körpertemperatur, ein warmes Wasser. Und wenn ihr mehr machen wollt, als einfach nur dann könnt ihr auch noch mit ein bisschen Stimme gurgeln. Ein lustiges Lied, dann tut ihr auch noch gleichzeitig was für die Melodie. Aber wenn ihr nur gurgelt, dann habt ihr schon eine großartige Prophylaxe-Übung, die mir unfassbar viel bringt. Und ich mache es mehrfach am Tag, denn ich putze mir morgens die Zähne und ich putze mir abends die Zähne und ich dusche manchmal, wenn es draußen heiß ist wie heute, sogar zweimal. Das heißt, wäre an einem Tag wie heute viermal Stimmübungen gemacht, ohne ein einziges Mal bewusst daran denken zu müssen. Und ich habe das so ritualisiert, dass es automatisch passiert. Ich muss überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Das rate ich euch, gurgelt in der Alltagssituation, wenn ihr sowieso gerade Wasser im Mund habt und euren Mund ausspült. Übung Nummer zwei, Summen. Summen, ich nenne das immer, ist Jogging für die Stimmbänder. Ihr müsst euch überlegen, beim Sprechen gehen die Stimmbänder auf und zu. Das ist ein Kraftakt. Wenn ihr viel sprechen müsst oder gar singt, dann sind die Stimmbänder strapaziert. Und wenn ihr das ohne Aufwärmen macht, dann besteht Verletzungsgefahr. Ihr werdet heiser. Das merkt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf dem Oktoberfest mitsingt laut, dass ihr am nächsten Tag heiser seid. Oder wenn ihr in lauten Räumen laut sprechen müsst, merkt ihr dann am nächsten Tag, oh, das hat der Stimme nicht gut getan. Und wenn ihr regelmäßig Jogging für die Stimmbänder macht, geht das viel, viel, viel besser. Wichtig ist beim Summen, dass wir in unserem eigenen Ton summen. Also nicht so ein, sondern in einem ruhigen Ton, der sanft ist. Wir sprechen von der Indifferenzlage. Die liegt im unteren Drittel eures Gesamtstimmumfangs. Ihr spürt diesen Tonbereich am besten, wenn ihr so einen lockeren Zustimmlaut macht. Also, mhm, mhm. Wenn ihr ein langweiliges Telefonat habt oder so. Und dann sagt ihr ja so, mhm, mhm. Und das ist die Lage, die ihr braucht für Summen. Also, wenn ihr da unsicher seid, macht ihr zuerst, mhm, mhm. Und dann, mhm, 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 mhm. Ganz sanft. Es geht nicht um Druck. Die Stimmbänder sollen einfach nur locker schwingen. Wärmt eure Stimme auf. Wenn ihr zum Beispiel einen anstrengenden Sprechberuf habt, viel am Telefon seid, macht es möglichst morgens. Wenn ihr einen Vortrag halten dürft, dann macht es direkt vorm Vortrag. Wenn ihr in den Gesangsunterricht geht, dann macht es auf dem Weg dorthin. Summt in eurem Eigenton. Also, lockeres Summen, Jogging für die Stimme ist sehr empfehlenswert für alle Menschen, die viel sprechen. Die Stimmbänder gehen nicht auf und zu, sondern sie sind geschlossen beim Summen und machen einfach nur so eine lockere Bewegung. Jogging für die Stimmbänder, die zweite Übung, locker summen. Übung Nummer drei. Jetzt geht es wirklich um euer stimmliches Potenzial. Es geht darum, dass ihr euren Tonumfang erweitern könnt, dass ihr mehr Resonanz habt, sodass ihr zum Beispiel, wenn ihr vor einer Gruppe steht, leicht laut sprechen könnt, ohne dass ihr ein Mikrofon braucht. Dass ihr gut rufen könnt, ohne heiser zu werden. Dass ihr, wenn ihr singt, in die oberen Lagen zum Beispiel, die schwer zu kriegen sind, besser hineinkommt und so weiter. Die beste Übung dafür aus meiner Sicht ist das Kausummen. Und zwar ein lockeres, stimmhaftes Kauen mit offenem Mund. Ich mache es euch mal vor. Es geht so wie ihr wollt. Also es geht darum, in ganz viele Lagen zu kauen und immer darauf achten, dass hier der Kiefer ganz locker sich bewegt. Wenn wir machen, wie bei der letzten Übung, haben wir hier idealerweise einen leicht geöffneten Kiefer, aber es tut sich nichts. Wenn wir aber machen werden wir hier ganz, ganz weit und locker und der Kiefer geht auf und zu. Und dadurch, dass wir ein M am Anfang haben und ein J nennt man Klinger und die bringen weichen Klang in die Stimme. Also würden wir das auf O machen, ist die Gefahr, dass wir es hart machen. Aber machen wir ist es weich. Also deswegen Klinger nutzen und weit auf machen. Ich mag gerne das O für die Tiefe. Da kommt man mehr in die Tiefe, wenn es um den Brustton der Überzeugung geht. Und das A ist für die Kieferöffnung gut, denn da sind wir ganz weit auf. Und wollen wir mehr in die Höhe gehen. Also da nehmt ihr ruhig mal ein I zum Beispiel dazu. Also meine Lieben, das waren aus meiner Sicht die drei wichtigsten Übungen. Wenn es euch gelingt, auch nur eine davon regelmäßig zu machen, dann ist das schon ein großer Gewinn. Wenn ihr euch für eine entscheiden würdet, würde ich mich fürs Gurgeln entscheiden, denn die ist am leichtesten umsetzbar und hat den größten prophylaktischen Effekt. Und wenn es darum geht, dass ihr mehr Resonanz und Volumen hineinbringen wollt, also wenn ihr euch für die Kauübung entscheidet, wäre es trotzdem wichtig, vorher zu summen. Denn ohne Summen kein Kauen. Wir machen erst und dann also nicht direkt in die Kauübung hinein. Also wenn ihr euch für das Kausum entscheidet, müsst ihr mitsummen. Wenn ihr wirklich langfristigen Erfolg haben möchtet, ist es wichtig, dass ihr eure Übungen regelmäßig macht und da ist es viel besser, jeden Tag ganz, ganz wenig zu machen, als einmal in der Woche eine Stunde Stimmtraining. Das ist gar nicht so gut für die Stimme, eine Stunde drauf zu ballern und dann die ganze Woche nichts zu tun, sondern viel, viel besser ist es, regelmäßig ein ganz, ganz bisschen zu machen. Ihr habt ja schon gemerkt bei der Gurgelübung, dass ich gerne im Bad übe und da mache ich dann auch noch ein bisschen mehr. Also ich stehe zum Beispiel unter der Dusche und mache dann noch auch eine meiner Lieblingsübungen, der Weihnachtsmann, der dicke Weihnachtsmann. Jeden Morgen bin ich einmal kurz dicker Weihnachtsmann. Wenn ihr auch Lust habt auf mehr, dann habe ich meine Lieblingsstimmübungen auf ein Plakat gepackt, das könnt ihr euch kostenlos downloaden. Den Link findet ihr hier in der Videobeschreibung. Jetzt aber erst mal einen stimmigen Tag für euch und alles Liebe und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Tschüss! Tschüss!